Ich frage, warum ich die Videoaufnahme unterlassen soll. Darf ich fragen, warum ich die Videoaufnahme unterlassen soll? Ich habe Sie eine Frage aufgestellt. Sie wollen keine Tonaufnahmen machen, wenn ich das nicht möchte von Ihnen. Sind Sie hier als Polizeibeamtin? Ja. Dann denke ich, darf ich das. Dann unterlassen Sie das jetzt? Nein. Dann nehme ich Ihr Handy. Das dürfen Sie nicht. Nach welcher Rechtsgrundlage dürfen Sie das? Dann sagen Sie mir... Darf ich Ihnen nicht sagen, warum ich das nicht weitermachen darf, dass ich das Handy sehe? Auf welcher Grundlage? Ich frage, nach welcher Grundlage. Ich werde jetzt keine Paragraphen bereit einschließen. Ich kann es aber einfach ausfragen. Nach welcher Grundlage Sie das tun? Hören Sie das aus. Ich möchte wissen, auf welcher Grundlage Sie das tun. Sie können nicht sagen, warum Sie das tun wollen. Sie haben nicht angestellt. Sie dürfen nicht sagen. Sie dürfen nicht fragen, nach welcher Grundlage Sie hier... Nach welcher Grundlage wollen Sie das tun? Ich nehme Ihnen das Handy jetzt weg, wenn Sie jetzt nicht sofort nachlassen, dass ich das Video aufstehe. Ich kann nicht sagen, warum Sie nach welcher Grundlage Sie das tun wollen. Ich mache eine solcheAyначe. Sie dürfen nicht gerne nicht migration. Ich kann es einfach представieren. Ich würde nicht sagen, warum ich da andere meine An İngel reh will das Ganze ohne Kultus. Ich glaube, ich werde sie sehen und weiß nicht. Ja, danke. Ich kann es anders aus.